So. Ich kann dich noch nicht sehen. Jetzt sehe ich dich. Ey. Eine Sendung gemacht über Satanismus und Logen und Saturnlogen, weil ich selber eben sehr, sehr viele Jahre in diesen Kreisen war. Deswegen ist es scheißegal, ob du Rosenkreuzer wirst, Freimaurer oder in irgendeinem satanischen Orden unterwegs bist. Wenn du in der Hierarchie so ein bisschen aufsteigst oder in den Geraden aufsteigst, wirst du irgendwann sowieso die anderen kennenlernen. Wann hast du angefangen, in diese Kreise rein zu geraten, beziehungsweise wie bist du da reingerutscht so ein bisschen? Ich hatte schon die ersten Kontakte, da war ich zwölf. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich hatte eine scheiß Kindheit. Ich habe mich als Kind im Kleiderschrank versteckt, weil ich Angst hatte, dass mein Stiefvater mich verprügelt und habe zu Gott gebetet. Okay? Aber es ist nichts passiert. Ich dachte mir so, Moment mal, dieser Mann, dieser Jesus, bettelarm, geht in die Wüste. Plötzlich kommt der Teufel und sagt, ey, ich gebe dir alles, was du willst. Du musst nur auf die Knie gehen und mich anbeten. Ich denke mir so, wie einfach. Und genau dort an dieser Kirche, wo auch dieser Friedhof war, hatte ich diesen Konformationsunterricht. Ich bin dann rausgegangen, nachdem ich diese Geschichte mit Jesus und die Versuchung gelesen habe. Ich bin auf den Friedhof gegangen und habe zum Teufel gebetet. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Hallo? Ahoi, ahoi. Oh shit. Kannst du mich hören? Warte jetzt. Jetzt kann ich dich hören, mein Junster. Warte ganz kurz. Ich muss mich eigentlich noch kurz justieren. So. Ich kann dich noch nicht sehen. Jetzt sehe ich dich. Hey, ich grüße dich. Da sind wir doch. Finde ich zu sehen. Geil, Digga. Alexander, wie geht's dir? Alles gut? Ja, soweit eigentlich alles cool. Bei dir auch. Alles gut. Sehr gut. Ja, super. Sehr, sehr gut. Ja, ich war heute noch ein bisschen unterwegs. Ich musste noch meine Bäume ablaufen. Ich habe so Bäume, zu denen ich immer hingehe, so Kraftorte. Und ich war auch noch auf dem Friedhof. Da gibt es dann wieder andere Geister, zu denen ich gehe. Und das ist halt so, wenn man so alles abfrühstückt. Und dann, ja, das ist halt, wenn man so in Harmonie mit dem Kosmos leben will und die ganzen Kräfte und Energien und Geistwesen. Ich respektiere die halt alle. Und deswegen, ja, das sind meine Freunde. Deswegen gehe ich da überall hin und mache das so und mache meine Sachen. Wie viele andere religiöse Menschen auch, die in die Kirche gehen, zu den Heiligen beten oder zu den Engeln oder was auch immer. So gehe ich eben zu meinen Geistern. Das sind meistens Wesen in der Natur. Oder eben, ja, manchmal auch irgendwelche Geister, Götter. Crazy. Da bin ich schon fast ein bisschen überfordert jetzt gerade. Das war gerade viel auf einmal. Aber bevor wir da so richtig reinsteigen, würde ich sagen, dass wir mal kurz einfach sagen, wer bist du eigentlich? Weißt du? Die Leute, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen introducen, was du so machst? Also für alle, die mich noch nicht kennen. Ich habe einen YouTube-Kanal und den habe ich vor, weiß ich jetzt gar nicht, knapp zwei Jahren oder so gestartet. Und mit Charles Fleischhauer, mit dem habe ich eine Sendung das erste Mal gemacht. Der war auch bei den News, ne? Bei Boogie und Bela. Das habe ich mir auch angeguckt. Sehr interessant. Genau. Und ist ein ganz lieber Kerl. Und ich habe dann mit ihm eine Sendung gemacht über Satanismus und Logen und Saturn-Logen und satanische Organisationen, weil ich selber eben, ja, sehr, sehr viele Jahre in diesen Kreisen war. Und da konnten wir uns perfekt austauschen, weil er Freimaurer, Ex-Freimaurer, ich auch Ex-Logenbruder, aber in anderen Kreisen unterwegs. Aber es gab auch Überschneidungen. Und dann haben wir uns mega gut verstanden und ey, krass, ja, genau, das war bei uns auch so und dies und das und jenes. Crazy. Und letztendlich treffen sich ja auch, ich spoiler schon mal ein bisschen, treffen sich die meisten Organisationen an höheren Stellen wieder. Ja, ja. Das heißt also, an der Spitze sind sie alle eins. Ja, 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 ja. Und das ist eben der Punkt. Deswegen ist es scheißegal, ob du Rosenkreuzer wirst, Freimaurer oder in irgendeinem satanischen Orden unterwegs bist. Wenn du in der Hierarchie so ein bisschen aufsteigst oder in den Geraden aufsteigst, wirst du irgendwann sowieso die anderen kennenlernen. Also das ist halt scheißegal. Und ja, das eben zu meiner Story. Wie gesagt, ich war viele, viele, viele Jahre eben in diesen satanischen Kreisen unterwegs und hab dort echt... Frage, wie alt bist du? Ich bin jetzt 42. Bist jetzt 42. Wann hast du angefangen, in diese Kreise reinzugeraten? Beziehungsweise wie bist du da reingerutscht so ein bisschen? Genau, ich sag das mal, ich spreche das ja ganz kurz mal an, weil es gibt auch ein Video, wo ich das alles ganz detailliert erzähle. Ja. So meine ganze Lebensgeschichte beziehungsweise meine Story so mit dem Satanismus und mit diesen Logen und Orden. Also um das mal kurz zusammenzufassen, ich hatte schon die ersten Kontakte, da war ich zwölf. Aber das waren halt mehr so Blackmetaller, die halt irgendwie so, ja, Satanismus gespielt haben und irgendwie ganz cool waren. Und ja, da hab ich dann das erste Mal diesen Kontakt dazu gehabt, fand das interessant und hab die dann auch irgendwann mal angesprochen. Und später dann, als ich dann ein bisschen so ins Teenager-Alter kam, ein bisschen älter wurde, da hab ich dann nochmal andere Jugendliche kennengelernt, die auch in die Richtung gingen. Und dann hab ich irgendwann selber recherchiert. Ich wollte alles über Satanismus wissen und über diese Themen halt und Okkultismus und so. Dann hab ich mir die Stadtbüchereien, bin ich da reingegangen, hab mir die ganzen Bücher ausgeliehen von irgendwelchen Sektenbeauftragten, die halt über diese gefährlichen satanischen Organisationen schreiben. Ja, und dann hast du da den einen oder anderen Hinweis gehabt, wie diese Gruppen heißen. Und dann hab ich recherchiert und hab versucht, irgendwelche Bücher zu finden und wo ich noch mehr Informationen kriege. Und dann bin ich irgendwann auf einen Verlag gestoßen, das war der Kerstin-Kannbatz-Verlag und auch der Bohmeyer-Verlag und hab dann irgendwann erfahren, oh, da publizieren ja Leute aus diesen Orden Bücher. So, dann hatte ich plötzlich den Zugang auch zu Autoren aus diesen Orden. Und das hat dich einfach fasziniert, sagst du, oder was? Hast du da gar kein, also hast du nicht irgendwie so, weil bei mir war das immer bei solchen Sachen so, da hab ich schon von Haus aus immer so eine Resistenz gehabt, also so Angst, Furcht, kann man sagen, oder so einfach so, weißt du, wie ich meine? Das war bei dir gar nicht? Ja, aber ich hatte das nicht so. Also das Ding ist, es gab auch eine kleine Vorgeschichte dazu. Also der Punkt ist, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich hatte eine scheiß Kindheit, ich hab mich als Kind im Kleiderschrank versteckt, weil ich Angst hatte, dass mein Stiefvater mich verprügelt und hab zu Gott gebetet. Okay? Aber es ist nichts passiert. Ich wurde trotzdem verprügelt und es war trotzdem alles scheiße. So, mich hat keiner beschützt. Und dann war für mich irgendwann, kam dieser, kam irgendwann so dieser Moment auf, wo du dann quasi diese, mein Cousin hat dann Konfirmationen gefeiert und dann hat er so viele Geschenke gekriegt und ich dachte mir, ich will das auch. Naja, und dann bin ich auch zum Konfirmationsunterricht gegangen und da gab es eine Situation mit dem Pastor, wo er alle gefragt hat, warum seid ihr hier? Und alle haben, die ganzen Kinder haben gelogen, haben gesagt, wir wollen Jesus näher kommen. Und ich hab halt die Wahrheit gesagt, hab gesagt, ich will eine Super Soccer 2000 und ein Sporting-Basketball. Was ist los? So. Und dann hat er gesagt, was, wie kannst du es wagen? Dann hat er mich in so einen anderen Raum reingebracht und hat mir eine Geschichte in die Hand, also ein Ina-Vierblatt in die Hand gedrückt. Und da war dann die Geschichte drauf mit Jesus und die Versuchung in der Wüste. Mit dem Fasten. Und dann sagt er, du liest jetzt diese Geschichte hier und bleibst jetzt hier alleine. Also er hat mich so, wollte mich bestrafen dafür, weil ich die Wahrheit gesagt habe, ja? Krass. Also es ist halt schon irgendwie eine krasse Geschichte gewesen. Und dann hab ich das gelesen und dachte mir so, ey, Moment mal. Bestrafen in Anführungszeichen eigentlich. Weil er wollte wahrscheinlich, dass du was aus der Geschichte lernst, weißt du? Wahrscheinlich. Ja, aber ich hab, ja, ich weiß nicht, was ja wirklich, was mit dem nicht stimmt, aber das war für mich pädagogisch einfach, weiß ich nicht. Ich fand's irgendwie, ich hab ihn plötzlich nicht mehr als meinen Freund gesehen und ich dachte mir, was für ein Wichser. Ja, das ist voll, das kann voll schnell gehen, gerade bei Kids so. Ja, ja, da muss man extrem aufpassen. Versteh ich. Pass auf, und dann hab ich diese Geschichte gelesen und plötzlich ging mir so ein Licht auf. Ich dachte mir so, Moment mal, dieser Mann, dieser Jesus, Bettelarm, geht in die Wüste und plötzlich kommt der Teufel und sagt, ey, ich geb dir alles, was du willst. Du musst nur auf die Knie gehen und mich anbeten. Ich denk mir so, wie einfach. Ach, also ganz ehrlich, warum hat er das nicht gemacht? Das hab ich so als Kind gedacht. Krass. Weil ich mir dachte, ey, dann kann er sich alles leisten, er kann alles machen, der kann, boah, Wahnsinn, und wir hatten nicht viel. Ich komm aus Verhältnissen, wo wir echt, meine Mutter hat wirklich gekämpft und wir hatten ganz, ganz wenig Geld. Und wir konnten uns nichts leisten und es war einfach so, ich wollte bestimmte Spielsachen haben, die waren einfach nicht drin. Und plötzlich denk ich so an diesen Teufel, seh diese Geschichte und weißt du, dann denk ich mir so, er hätte ihm alles gegeben und das wollte ich auch. Aber hast du die Geschichte nicht zu Ende gelesen quasi? Also, ich mein, weißt du, was ich meine? Das geht ja noch weiter quasi. Ja, ich weiß, ich weiß, das hat mich alles nicht interessiert. Du wolltest einfach nur, ja, 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 wie alt warst du da? Ich hab als Kind, ich hab als Kind schon gedacht, was bringt mir irgend so ein Paradies, wenn ich jetzt hier bin? Es ist Irrsinn, es macht für mich keinen Sinn, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und dann dachte ich mir auch so, was soll diese Scheiße, es macht für mich alles keinen Sinn. Ich bin doch jetzt hier, ich will doch jetzt hier ein schönes Leben haben irgendwie, ne? Naja, und dann, pass auf, dann hab ich folgendes gemacht. Wie alt warst du da nochmal, wo du da warst, in der Situation gerade? Boah, ey, ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, ist mal ein Konfirmationsunterricht zwölf oder elf oder sowas. Oder irgendwie so elf oder ich weiß es gerade nicht, irgendwie sowas. Und dann bin ich rausgegangen und da war so ein angrenzender Friedhof. Ich hab den geliebt, weil da war auch mein damaliger Kindergarten. Dann bin ich immer vom Kindergarten, weil ich so ein Mensch war, ich brauchte immer vielmeine Ruhe, als Kind schon. Immer gerne alleine. Und dann bin ich immer auf den Friedhof abgebüxt und hab mich hinter den Gräbern versteckt. Das ist crazy. Und die Kindergärten haben mich dann immer überall gesucht. So, und ich hatte eine Beziehung zu diesem Friedhof. Und genau dort, an dieser Kirche, wo auch dieser Friedhof war, hatte ich diesen Konfirmationsunterricht. Ich bin dann rausgegangen, nachdem ich diese Geschichte mit Jesus und die Versuchung gelesen habe. Bin auf den Friedhof gegangen und hab zum Teufel gebetet. Und pass auf, ich hab ihn gespürt. Ich hab ihn gespürt. Ich hab das erste Mal beim Beten gespürt, endlich merke ich eine Resonanz. Ich hab zwei Millionen Mal zu Gott gebetet und hab gehofft, dass mein Stiefvater mich nicht mehr verprügelt und es ist nichts passiert. Und plötzlich gehe ich auf den Friedhof, nach dieser Geschichte, ich gehe auf den Friedhof, lese das, bete zum Teufel und es kommt was. Ich merke was. Ich spüre Energien. Und das war krass. Das war einfach nur krass. Aber das ist... Und das hat Sympathien für den Teufel gebracht. Das ist traurig. Und ab dem Moment... Ich find das... Also ich find das crazy, Digga. Also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Und daran merkt man auch, wie schnell man halt dahin driften kann. Weißt du, wie ich meine? So mit Beeinflussungen etc. pp. Und dass man vielleicht Gott noch nicht gefühlt hat und dann anfängt, weil man unbedingt Dinge haben möchte oder unbedingt irgendwie Resonanz spüren möchte. So, dass man dann irgendwie was anbetet, was eventuell einem nichts Gutes möchte. So, weißt du? Und ja, Digga, das ist grad krass für mich zu hören. Weil generell so, dass du dich überhaupt da so hingezogen gefühlt hast und auch mit dem Friedhof und diese ganzen Sachen so. Zeigt der schon, dass du irgendwie vom Haus aus anscheinend schon irgendwie so eine Anziehung in Richtung dieser dunklen Welt hattest? So, ne? Weil... Ich hab... Meine ersten Zeichnungen, meine allerersten Zeichnungen waren die übelsten Monster. Ich hab eine ganze Wand vorgehabt mit Bildern von Monstern. So Krickel-Krackel halt. Aber ich hab nur Monster gemalt. Immer. Und das war einfach so ein Ding. Ich hab schon immer so einen Hang dazu gehabt. Und ich hab das nicht als böse gesehen oder wahrgenommen. Mhm. Sondern ich hatte dann irgendwann die Bestätigung, okay, da ist was. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, die erzählen alle scheiße. Der ist nicht so böse, wie die alle erzählen. So. Und das war irgendwie für mich eine Erfahrung. Es geht ja um persönliche Erfahrungen. Es geht nicht um, in der Bibel steht und alle haben gesagt das. Sondern nur weil die Mehrheit sagt, lass dich impfen, lass mich nicht impfen. Nur weil die Mehrheit sagt, äh, was weiß ich, vegan sein ist schlecht. Da wirst du krank von. Deswegen bleib ich trotzdem vegan. Und genauso bin ich auch da hartnäckig geblieben. Hab gesagt, ey. Wer sagt denn überhaupt, dass das alles stimmt? Diese ganzen Geschichten über den Teufel. Wer ist der Teufel überhaupt? Und da ging die Gereise los. Ich habe wie ein Besessener jedes Buch gelesen, was ich finden konnte über den Teufel. Das habe ich. Das mache ich bis heute. Bis heute kaufe ich mir jedes Buch, was ich finde über den Teufel. Warum? Ich habe bestimmt auch hundert Bücher über den Teufel gelesen. Und bist du immer noch, glaubst du immer noch, dass das was Positives ist? Also, dass das was Gutes ist und dass das nicht so ist, wie die Leute dir erzählt haben? Ich sage dir, meine Erfahrung ist, dass Jahwe, der Gott des Alten Testaments, das ist der wahre Teufel. Weil wenn ich mir anschaue. Das ist eine andere, das ist, also, ich meine, was ich zum Beispiel erlebte, also was für mich persönlich, ich habe mich mit Religion auch viel auseinandergesetzt, zum Beispiel. Ich habe die Bibel durchgelesen, ich habe den Koran hier zu Hause, ich lese den auch. Ich habe den noch nicht komplett durch, aber ich lese den auch. Und was ich teilweise im Alten Testament gelesen habe, kam für mich nicht göttlich rüber so. Also, ab dem Zeitpunkt, wo es mit den Opferungen etc. losging, war mir bewusst, da ist irgendwas evil. Ich habe die Bibel mehrfach studiert. Das ist nicht das wahre Licht, das ist nicht Gott, was da gezeigt wird. Aber generell bin ich sowieso jemand, der Gott nicht gefunden hat. Naja, ich habe schon das erste Mal gebetet in der Moschee, ich habe schon über den Islam eigentlich das erste Mal zu Gott gefunden. Aber habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass Gott allgegenwärtig ist, so für mich persönlich, weißt du. Gott ist nämlich alles. Gott ist die Natur. Gott ist überall. Du brauchst kein Buch oder kein Gebäude oder irgendwas, um Zugang zu Gott zu bekommen, so weißt du. Du kannst einfach nur raus in die Natur gehen, kannst ins Meer reingehen, kannst deine Augen schließen und kannst fühlen, da ist eine liebende Energie, da ist etwas, was dich bedingungslos liebt, so was für dich immer da ist und sich immer um dich kümmern wird, so weißt du. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Hundertprozentig bei dir. Weil das, was die Leute, und das ist ja der Punkt, wenn dieses liebevolle, was du sagst, der eigentliche Gott ist, aber nicht dieser rachsüchtige, eifersüchtige Bastard aus der Bibel, aus dem Alten Testament, der auch der Vater von Jesus ist, das vergessen immer alle. Weil die sagen, nee, da gibt's in Johannes, da sagt ja Jesus zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater und deswegen kann ja der alttestamentarische Gott nicht das und das. Alles Bullshit, tut mir leid, das sind so Ausflüchte. Das ist theologisch nicht haltbar. Das Ding ist, ich hab mich so intensiv. Ja, ja, also bei der Bibel, wenn du in die Bibelrecherche reingehst, dann wirst du halt auch ganz schnell merken, dass da ganz viel von Menschenhand passiert ist, so weißt du. Da ist ganz wenig noch über vielleicht von der wahren Message, die auch Jesus rübergegeben hat zum Beispiel oder Jeschua, wie er eigentlich heißt, so weißt du. Und deswegen ist es, glaube ich, sowieso schwierig, sich darauf zu stützen und zu sagen, das ist die hundertprozentige Wahrheit, so. Ich bin immer noch jemand, ich hab Respekt vor Leuten, die gläubig sind, so. Ich hab Respekt vor Leuten, die einen gewissen Glauben haben, einfach weil ich weiß, dass das vielen Menschen hilft und weil ich weiß, dass viele Sachen, wenn man denen folgt, dass man einfach automatisch ein spiritueller, also dass man spiritueller ist, dass man versucht, ein besserer Mensch zu sein und das ist erstmal für mich positiv, so, weißt du. Und nicht jeder hat dieses Interesse daran, wirklich ganz tief reinzugehen und die Wahrheit Wahrheit zu wissen, so, weißt du. Manche Leute wollen einfach nur eine Stütze haben, irgendwas, an dem die sich festhalten können, damit sie irgendwie sich nicht alleine fühlen und versuchen, bessere Menschen zu werden, so. Und das sehe ich auch als positiv, weil viele von den Sachen, die auch im Koran oder Bibel empfohlen werden, so kein Alkohol und mit dem Sex, dass man eine Frau hat, etc., pp., dass man seinen Nächsten versucht, so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte und diese ganze Sache. Aber Leon, ich weiß, was du meinst, das ist alles positiv. Aber das könnte man auch übertragen auf, auch die Nazis hatten gute, irgendwelche guten Sachen so. Das spielt keine Rolle, nur weil jemand irgendwas Gutes macht und dann ganz viel Schlechtes aber auch, wie zum Beispiel Andersgläubige diskriminieren, Heiden und so weiter, zu sagen, ja, ihr seid sowieso alle Müll und zerschlagt die Städten, das steht in der Bibel drin, zerschlagt die Städten der Heiden, zerstört alle Bilden von anderen Kulturen. Altes Testament, ne? Das ist so abartig. Ja, das Altes Testament aber, oder? Und das hat nichts mehr für mich mit irgendwie sowas zu tun. Ja, und dann, na toll, ja, weißt du, wenn ich sage so, okay, ja, er trinkt keinen Alkohol, aber dafür zerstört er vielleicht die Gottesbilder von anderen Kulturen? Das Ding ist halt, wenn ich, das ist halt auch viel Interpretationsgeschichte so, weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl irgendwie, wenn du in den Kern reingehst von den meisten Religionen, Weltreligionen auch, ne, also Christentum, Islam, Judentum, auch Buddhismus und diese ganzen Sachen, wenn du in den Kern, also ich habe immer das Gefühl, da gab es jemanden, der versucht hat, Menschen näher zu bringen, wie man ins Licht kommt, so. Menschen näher zu bringen, wie man, ich glaube, so ein Jesus war jemand, der einfach nur Gott gefunden hat in sich selbst, weil Gott ist in uns allen vorhanden und der eigentlich nur anderen Leuten beibringen wollte, wie man da hinkommt und dann Menschen angefangen haben, den anzubeten und eine Religion zu kreieren und dann andere Menschen da was zugedichtet haben und dann versucht haben, mit der Religion zu rechtfertigen, andere zu töten und diese ganzen, das ist alles menschengemacht, meiner Meinung nach, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der Ursprung war oft vielleicht was Positives, so und ich glaube, das kann man auch immer noch finden, weißt du, ich glaube, wenn man wirklich so ein wahrheitssuchender Mensch ist, so wie ich auch einer bin, dann kann ich mir die Bibel durchlesen, dann kann ich mir den Koran durchlesen, dann kann ich merken irgendwie im Kern, da sind gute Messages drin, die kann ich für mich in meinem Leben implementieren und dann weitermachen, so, weißt du, aber ich gebe dir recht, dass leider Religion auch sehr viel zu Spaltung beigetragen hat, aber das ist, glaube ich, sehr oft Menschen, Menschen, Menschen schuld, so, weißt du, diese Interpretationssachen. Ja, natürlich, am Ende machen es Menschen, aber Leon, ganz ehrlich, ich habe mir ja auch ganz viele heilige Bücher reingezogen, alles, was ich finden konnte an irgendwelchen heiligen Schriften, ich habe die Bibel gelesen, ich habe aber auch verglichen mit der Tora, ich habe auch Beischriften der Juden gelesen, ich habe viele Mithraschim gelesen, ich habe Soar gelesen, ich habe Jezira und diese ganzen Geschichten, ich habe mir den Koran in verschiedenen Übersetzungen reingezogen, ich habe mir die Bhagavad Gita reingezogen, das Siri Guru Gran Sahib, also ganz viele heilige Schriften, ich habe die miteinander verglichen und so weiter und du hast halt in vielen diesen organisierten Religionen, die sagen, also den Buchreligionen, da hast du halt häufig diesen Absolutheitsanspruch und alles, was nicht diesem Absolutheitsanspruch entspricht, ist dann Haram oder was auch immer, ist halt dann irgendwie schlecht oder nicht koscher oder nenn es wie du willst, sie haben ja eigene Begriffe, jede dieser Religionen hat irgendeinen eigenen Begriff für, das ist schlecht, das wollen wir nicht. Und das Problem ist, dass das aber auch andere Kulturen und Religionen diskriminiert immer gleichzeitig. Du wertest die anderen ab und wertest dich auf. Ja, wir Christen, nur Jesus führt dahin. Und dann sagen die Juden wieder so, ach, die Goyim, was wollen die Goyim, wenn die reden, dann kommt sowieso nur Müll raus, die müssen alle weg, das sind unsere Sklaven oder so. Teilweise gibt es welche, die so reden, nicht alle, aber es gibt welche, die so reden. Aber ich fühle das. Das ist halt krass. Oder auch Muslime, die dann sagen so, ach, die Kufare, verpisst euch so, guck ihn dir an, wie redet der Heide, so, verstehst du, was ich meine? Das ist einfach so, kommen wir doch alle nicht zusammen. Das ist auch eine Sache, die ich auch fühle, hundertprozentig. Also da merke ich auch, dass, also wie gesagt, ich glaube, das ist sehr viel halt Menschen, die einfach das für sich so interpretieren und dann, weil gleichzeitig steht in diesen Büchern auch drin, dass du deinen Nächsten auch gut behandeln sollst und dass du niemals urteilen sollst über andere, auch wenn die irgendwie anders sind oder anders drauf sind. Die Nächsten, damit sind die Glaubensbrüder und Schwestern gemeint meistens. Wenn du ganz genau hinschaust, auch mit diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, in der Bibel, es gibt da auch in den Römerbriefen und so weiter, da gibt es Hinweise da drauf und auch Kolossa und so, glaube ich, da gibt es Hinweise darauf, dass es sich hier um die Gemeinschaft der Christenheit handelt. Es handelt sich um die, die dir ähnlich sind, die dir der Nächste sind. Der Nächste ist der Christ, dein Bruder, deine Schwester, aber nicht die Heiden oder irgendwelche anderen Leute, die andere Religionen haben, das sind nicht deine Nächsten und das liest man dann, wenn man das genauer studiert und das ist halt krass und das hast du auch im Islam, das steht dann, wenn du ein Mensch bist, hast du die ganze Menschheit. Nicht bei allen Themen, aber bei einigen Themen auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt hier Scholar ist, also ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig backen so und was wie genau interpretiert ist und was wie genau irgendwo drinsteht so. Also was ich halt, wo ich dir zustimme ist, dass ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir eigentlich zusammenkommen müssten und uns nicht durch verschiedene Glaubensrichtungen, Religion, Herkunft, Hautfarbe, was auch immer so spalten lassen sollten, weil wir am Ende des Tages eigentlich zusammenkommen sollten und realisieren sollten, wer eigentlich die Menschen sind, die versuchen uns die ganze Zeit zu spalten so im Endeffekt, weißt du. Was ich halt immer gucke ist halt, ich bin halt, deswegen, ich bin offen, ich bin sehr offen, weißt du, ich lese mir die Bibel durch, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die christlich im Glauben sind, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die islamisch im Glauben sind, Buddhisten, alle verschiedenen Menschen mit verschiedenen Glaubensrichtungen, verschiedenen Ansätzen und ich beschäftige mich gerne mit diesen Sachen und ich fühle dann aber auch keine Trennung bei diesen ganzen Sachen, weißt du, ich fühle oft, ich versuche die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und den Menschen dann ans Herz zu legen oder nahezulegen, dass da viel mehr Gemeinsamkeiten sind zwischen uns allen als Dinge, die uns voneinander trennen im Endeffekt, weißt du. Und ich versuche dabei auch immer so ein bisschen noch diesen Respekt davor zu bewahren und nicht zu abwertend über vielleicht Religion oder Glaubensrichtungen zu reden, weil ich halt Menschen erreichen will, weißt du, ich will nicht, dass Menschen mir nicht zuhören, weil ich irgendwie abfällig über irgendwelche Glauben, denen die vielleicht schon seit Generationen praktizieren und in der Familie verankert ist, rede, weißt du. Deswegen, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig bei diesen Sachen und versuche einfach, Leute zusammenzubringen. Ich habe schon immer das Gefühl, dass ich auch irgendwie ein Verbindungsstück sein kann zwischen verschiedenen Religionen, Hautfarben, was auch immer so, weil ich will Menschen zusammenbringen am Ende des Tages, weißt du, das ist so mein Ziel auf jeden Fall. Und ich habe auch, was ich noch dazu sagen will, ist halt, ich habe halt das Gefühl, dass Leute, die wenigstens, weißt du, das hört sich jetzt vielleicht auch für dich ein bisschen komisch an, aber die einen Glauben haben, die irgendeinen Glauben haben, die sich zu irgendwas Höherem zugehörig fühlen, die haben mehr so Tendenzen und Hange dazu, ein besserer Mensch zu werden und gut zu sein, als Leute, die gar nichts mehr glauben, Digga. Und das haben wir halt heute in der heutigen Welt so. Die glauben an nichts Höheres mehr. Die glauben nur noch an die materielle Welt. Die glauben nur noch an das, was hier ist. Glauben daran, dass die in diesem Leben irgendwie Geld machen müssen und irgendwie krass sein müssen. Und das war es dann so, weißt du. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, Digga, weißt du, wie ich meine? So. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe mich selber als spirituellen Materialisten, weil ich davon ausgehe, dass ich eine Seele bin. Ich bin eine Seele, die eine materielle Erfahrung macht. Das heißt, ich habe diesen Körper, das ist ein Tempel, das ist ein Fahrzeug, meinetwegen. Aber ich bin nicht der Körper. Ich bin die Seele. Und die Seele ist verbunden mit Gott. Und das ist eben der Punkt. Ich bin ein Funke Gottes. So wie auch ihr alle seid auch Funken Gottes in meiner Vorstellung. Ich sage nicht, das ist jetzt die Wahrheit. Ich sage nur, das ist meine Vorstellung. Und jeder muss selber die Erkenntnis haben und muss es selber fühlen, was die Wahrheit ist und was nicht die Wahrheit ist. Und ich kann das niemandem sagen und ich kann es auch niemandem erklären. Man muss selber erfahren und selber fühlen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann keinen alleinigen Anspruch stellt und sagt, ja, nur das, was ich erfahren habe oder nur das hier, mein Buch ist die einzige Wahrheit, sondern offen bleiben und auch zu akzeptieren, wenn jemand anderes eine andere Wahrheit gefunden hat. Voll. So. Voll. Weil ich glaube auch, es gibt mehrere Wege dahin. Ich glaube, es gibt nicht nur einen Weg, um den göttlichen Teil in sich zu realisieren. So, weißt du. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, die dahin führen. Und jede Seele hat so ihren eigenen Weg, um dahin wieder zurückzukommen. So, glaube ich, weißt du. Und ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch eine gute Metapher, die hat Kurt Tepperwein mir mal gesagt. Er hat gesagt, stell dir vor, Gott ist das Meer und wir Menschen sind alle eine Welle auf dem Meer, so quasi, weißt du. Also sind wir eigentlich im Endeffekt alle eins. Und das zu realisieren, ist halt eine Sache, die wichtig ist in der heutigen Welt, glaube ich. Weißt du, weil ich glaube, ganz viele Leute halt diesen Glauben verloren haben. Und für dich aber, ich würde gerne nochmal ein bisschen auf dieses Thema eingehen mit diesem Teuflischen, weißt du, mit diesem Bösen so, wie du da, ja, keine Ahnung, du bist da dann reingerutscht und so. Und wie bist du dann damit umgegangen? Und glaubst du immer noch daran? Bist du immer noch davon überzeugt, wie bist du da, oder bist du davon weggekommen? Oder wie ist so dein aktueller Stand, was das Thema angeht, so die Bösenmächte? Grundsätzlich schließe ich keine Macht aus, weil wenn ich nur eine Macht ausschließe, schließe ich einen Teil von Gott aus. Und in dem Moment bin ich nicht mehr in der Ganzheit mit Gott. Ich bin nicht mehr in Harmonie mit Gott. Weil in dem Moment, wo ich irgendeinen Dämon nehme, den nach außen projiziere und mit dem Finger drauf zeige und sage, du gehörst nicht zu mir, ich hasse dich, hau ab. Damit mache ich ihn nur größer. Damit schaffe ich eine äußere Projektion, die eine Illusion ist. Weil am Ende ist alles göttlich. Alles kommt aus einer Quelle. So, das heißt auch, das Teuflische kommt aus dieser Quelle. Und wenn Gott der Allmächtige ist, hat er die Macht über dieses Teuflische. Dann ist er Teil des Teuflischen. Weil ansonsten, wenn es extern ist und es gleichgestellt mit Gott ist oder weniger stark als Gott ist, aber Gott keine Macht darüber hätte, dann wäre er nicht der Allmächtige. Das heißt, er kann nur selbst ein Teil dieser Kraft sein, die er geschaffen hat. Und er kann auch nur selbst die Macht über dieses Wesen haben oder über alle Wesen, wenn er der Allmächtige ist. Und als Allmächtiger kontrolliert er auch das Teuflische. Das heißt, wenn Böses passiert in der Welt, dann ist das ein Teil der göttlichen Realität, die wir natürlich als etwas Grausames einordnen, die aber in der Transzendenz Gottes etwas ist, was wir nicht beschreiben können. Und deswegen können wir das auch nicht beurteilen, was da passiert. Das heißt also, ich versuche die Dinge, die in der Welt passieren, nicht zu bewerten. Ich versuche aber auch, so viel Leid wie möglich zu verhindern und zu vermeiden. Das ist einer der Gründe, warum ich auch vegan lebe. Ich möchte Leid verhindern und vermeiden. Ich möchte niemandem wehtun, ich möchte niemandem auf die Fresse hauen. Ich möchte aber auch selber in Ruhe gelassen werden. Das ist eine Erwartungshaltung, die ich habe, die vielleicht nicht immer erfüllt wird, weil mir auch Leute auf den Sack gehen. Aber eigentlich möchte ich meine Ruhe haben, möchte meinen Frieden haben. Und ich bin auch bereit, jedes Lebewesen friedlich zu behandeln und fertig. Und da merkt man aber auch, also ich gebe dir teilweise recht, ich gebe dir auf jeden Fall teilweise recht, aber in diesem Handeln von dir, dass du zum Beispiel vegan bist und niemandem was Böses möchtest, da merkt man ja schon, dass du dem Bösen dann für dich selber in dir nicht so viel Raum gibst, dass das nicht überhand nimmt. Also du weigerst dich ja dagegen quasi im Endeffekt. Warte mal, lass mir noch den Satz zu Ende sagen. Ich glaube, dass wir, dass Gott, also ich glaube, dass wir hier in der Dualität leben. Ich glaube, dass Gott die Vollkommenheit ist und dass wir Menschen hier in dieser menschlichen Erfahrung in der Dualität leben und selber entscheiden können. Der hat uns den freien Willen gegeben, damit wir selber entscheiden können, was wir tun und was wir nicht tun. Wir können selber Entscheidungen treffen. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, gute Dinge zu tun. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, nicht gute Dinge zu tun. und so haben wir immer selber die Entscheidung, was wir tun und was wir nicht tun. Und deswegen glaube ich auch, dass es hier auf der Erde auf jeden Fall auch beide Kräfte gibt. Aber ich glaube auch, dass wir spirituell diszipliniert sein müssen, damit wir den bösen Mächten und Kräften nicht so viel Raum lassen. Und ich glaube, wenn das viele Menschen tun und wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, wirkt auch nicht mehr so viel Böses hier auf dieser Erde. Ich glaube, wir alle können dazu beitragen, weil wir sind kollektiv ein Bewusstsein. Und wenn wir alle versuchen, die positiven Energien in uns mehr wirken zu lassen als die negativen, dann schaffen wir es, dass das Böse hier auf der Erde nicht mehr so krass wirken kann. Und ich glaube, das liegt an uns. Wir haben die Macht, wir haben die Entscheidung. Aber wer bestimmt denn, was böse ist? Böse ist doch immer das, was man selber scheiße findet. Ich glaube, wenn du ein gewisses Bewusstseinslevel hast, weil du gefragt hast, wenn du ein gewisses Bewusstseinslevel hast und ein bewusster Mensch bist, glaube ich, und Zugang zu deinem göttlichen Kern hast, weißt du, was gut und was schlecht ist. Du weißt, was böse und was nicht böse ist. Ich weißt, was du meinst. Ich nenne das natürliche Ethik. Moral. Ich sage dir mal eins. Jemand, der einen Moralkatalog braucht, der hat schon versagt. Jemand, der eine Bibel oder irgendein Buch braucht, wo Morallehren drin sind, der hat als Mensch versagt. Weil ich weiß, wenn ich mich auf das Natürliche zurückbesinne, jedes Kind weiß, was gut und schlecht ist, was du gerade gesagt hast. Das weiß das Kind aus einer natürlichen Ethik heraus. Das ist einfach angelegt im Leben, im Dasein. Das ist meine Meinung dazu. Viele haben es halt verloren. Viele haben halt den Zugang verloren. Weißt du, ich würde nicht mal sagen, dass die versagt haben oder dass die irgendwie schlecht sind oder was auch immer so. Ich würde sagen halt, die wurden in die Richtung getrieben leider. Unsere heutige Welt treibt uns von uns selbst weg so. Nimmt uns die Connection zu unserem eigenen Kompass, den wir in uns tragen, weg. Dass viele Leute gar nicht mehr richtig wissen und fühlen können. Die fühlen nicht mehr. Die haben diesen Zugang dazu nicht mehr, diesen Kompass, der eigentlich in uns verankert ist von Geburt an. Dann brauchst du eine Anleitung. Ja, und manchen Leuten hilft das, wenn es andere Leute gibt, die davon reden oder ein Buch gibt oder irgendwie ein Podcast oder was auch immer, wo einer die vielleicht daran erinnert und die dann vielleicht schaffen, wieder den Zugang dazu zu gewinnen und dann wieder zurückzukommen und zu wissen, was gut. Weil ich glaube nicht, so das, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist nur, wenn du extrem im Ego bist, dass alles, was dir nicht gut tut, dann böse ist. Ich glaube, dass wenn du dich von deinem Ego trennst und wirklich einen Zugang zu deinem Kern hast, dann spürst du, welche Sachen wirklich evil sind und hältst dich davon fern, weißt du? Weißt du, der Punkt ist, mit dem, was du meintest, mit dem Raum lassen, also dem Bösen in dem Sinne auch Raum geben oder keinen Raum geben. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil letztendlich dieses Gut und Böse, das definieren viele für sich unterschiedlich. Was für den einen noch gut ist, ist für den anderen schon böse. Für den einen ist es noch gut, zum Beispiel, wir hatten gestern auch das Thema kurz, zu masturbieren. Der sagt, mir tut das gut, also ist es gut. Und der andere sagt, nein, es ist böse. Damit, was weiß ich, damit beschwörst du dunkle Geister oder die saugen dich aus und deine Energie und dann kriegst du Astralparasiten oder der Teufel kommt dann, weil Wichsen ist teuflisch. Verstehst du, es gibt so viele Ideen, die Leute so im Kopf haben. Das sind Konzepte, das Konzeptdenken, was sie dann damit verbinden. Und deswegen haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen von wann ist etwas schon böse und wann ist es noch okay oder wann ist es gut. Gebe ich dir recht. Das ist aber ego-basiert. Das ist ego-basiert so. Das ist nur, weil du noch nicht verstanden hast, dass du mehr bist als du. Also mehr bist als dein Name, dein Körper und diese ganzen, dass es eine Ebene gibt, die drüber hinausgeht. Wenn du dich befreist von diesem ganzen Ego-Scheiß. Ich sage wirklich, wenn du ein richtig bewusster Mensch geworden bist, also wenn du versuchst, nicht mehr durch deine Gedanken zu denken und diese ganzen Sachen zu viel und dich davon zu trennen und wirklich ein bewusstes Sein bist, Kontakt zu deiner Seele hast, dann sehen wir alle das Gleiche, wenn wir es schaffen, da hinzukommen. Dann ist für uns alle das Gleiche gut und böse. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist halt bei Menschen, die sich noch extrem damit identifizieren. Ich gebe dir hundertprozentig recht, das sind halt die meisten Menschen. Die meisten wissen jetzt auch gar nicht, wovon ich rede, weil die noch nie angefangen haben, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass es ein höheres Ich noch gibt. Was sich nicht identifiziert mit deinen ganzen Problemen, Gedanken etc. pp. Sondern auf einer ganz höheren Ebene, auch mit allen anderen Lebewesen verbunden ist und mit der Natur etc. pp. Und da sind wir alle gleich, weißt du? Und da sehen wir auch alles gleich. Aber da muss man die Menschen erst mal hintreiben. Deswegen, ich gebe dir auf der Ebene auf jeden Fall recht, dass die meisten ein anderes Verständnis für gut und böse haben und dass es da dann auch schwierig wird zu sagen, was ist gut und böse? Weil es für jeden halt anders ist so. Gebe ich dir recht, ja? Ja, genau. Das ist immer die eine rationale Seite und deswegen, diese Bücher, die sind ja alle nur intellektuell. Das heißt also, du liest da irgendwas, aha, ich habe jetzt gelesen, das ist böse, okay, das darf ich nicht mehr machen. Oh, und dann sagt der andere, der eine andere Religion hat, nee, das stimmt doch gar nicht. Also bei mir ist das völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja, ja. Verstehst du, das ist so dieses Ding, der Hindu sagt, nee, Kühe, Kühe, die sind heilig, die darfst du nicht schlachten. Dann sagt der Moskler, bist du bescheuert? Natürlich darfst du die schlachten. Also Allah sagt, das ist auch in Ordnung. Dann sagt der Hindu, nein, auf gar keinen Fall. Gott sagt, das geht nicht. Krishna hat gesagt, das ist total schlimm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe. Ich habe mir ein Video reingezogen, ne, ich weiß nicht, ob du Eddie Maurer kennst. Kennst du Eddie Maurer? Äh, habe ich schon mal irgendwie, doch, natürlich, doch, doch, doch. Sehr gnostisch, sehr, sehr gnostisch. Ja, und der hat mal ein Video gemacht, wo der halt gezeigt hat, dass in allen Religionen eigentlich auch Textpassagen drin sind, die davon reden, dass wir keine Tiere töten sollen. Weißt du? Und da kommen wir wieder zum Ursprung. Ich glaube halt im Kern, im Ursprung, wenn wir zur Quelle kommen, dann gibt es nur eine universelle Wahrheit. Also, es gibt nur eine universelle Wahrheit. So, weißt du? Und soll ich dir was Interessantes erzählen, was in der Bibel steht, da gibt es ja diese Geschichte in der Genesis von Kain und Abel. Und da gibt es den ersten Veganer, total abgefahren. Krass. Und das Krasse ist, ja, pass auf, das Krasse ist, Abel und Kain sind zwei Brüder. Und Abel, der fängt an, ja, Tiere zu züchten. Wird so Landwirt und macht so mit Tieren und solche Sachen, ja? Ja. Und Kain wird Ackerbauer und macht nur mit Pflanzen. So, und pass auf. Und jetzt kommt das Ding. Und beide bringen jetzt Jahwe, ihrem Gott, ein Opfer da. Und Jahwe schaut wohlwollend auf das Opfer von Abel. Oh, herrlich. Die Tierkadaver, die verbrennen und der süße Duft, das wird auch so beschrieben, der süße Duft des toten Tieres geht in den Himmel und Jahwe erfreut sich an dem Blut, was durch das Feuer verbrennt und so weiter, was so einen Duft abgibt. Und dann schaut er auf das Opfer von Kain und beachtet es nicht. Verächtlich. Beachtet er ihn nicht und ist verächtlich noch zu ihm und so. Ach, was bringt er mir hier? Pflanzen? Irgendwelche Gräser. Crazy. Ja, und das ist auch das Krasse. Und jetzt ist es so, plötzlich wird er wütend. Kain wird wütend. Und dann fragt Jahwe ihn, warum ergrimmst Du so? Ich sehe Zorn in Deinem Gesicht. Hast Du irgendwas Schlimmes vor? So, und die nächste Tat ist, dass Kain seinen tierquälenden Bruder umbringt. Er schlägt, ne? Das ist crazy. Stimmt. Ja, der Veganer, er schlägt den Karnivoren und dafür kriegt Kain das Keinsmal. Ja, das ist halt echt sehr interessant. Ich habe da lange drüber nachgedacht, über diese Geschichte mit dem Keinsmal. Und das Ding ist, er kann halt nicht verletzt werden. Keiner darf ihn töten. Das ist die Bedingung. Keiner darf Kain töten. Aber Kain muss aber trotzdem wie so ein Geächteter weiterleben. Ah ja, okay. Ja, wie der letzte Abschaum. So, und Kain bleibt aber Pflanzen, also er macht weiter mit Pflanzen. Er ist weiterhin Ackerbauer und so weiter. Und dann zeugt er halt irgendwann Kinder, baut eine Stadt auf und so weiter. Und das ist dann letztendlich biblisch gesehen wohl die erste Zivilisation, die entsteht. Und das finde ich halt spannend, weil, wie gesagt, Kain eben wird das Ding mit den Pflanzen. Wart mal ganz kurz. Hi Leon, kennst Du Heinrich Kusch? Seine Forschungen über künstliche Höhlen sind sehr spannend und es gibt hierzu auch einige Vorträge, die man sich auf YouTube ansehen kann. Sorry, ich hab grad so ein Dings gekriegt, so ein, äh, man kann bei mir spenden und dann redet eine Stimme und, 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 und liest es so vor, weißt du? An, ein paar Leute schreiben, dass die Geschichte ein bisschen anders ist. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also eine, pass auf, für mich persönlich ist auf jeden Fall, dass der Bruder jetzt Tiere getötet hat, keine Rechtfertigung dafür, dass man seinen eigenen Bruder tötet, auf jeden Fall so. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde jetzt dem nicht Props geben dafür, dass er seinen Bruder umgebracht hat, weil der Tiere umgebracht hat, so, weißt du? Weil das ist für mich auch evil. Also du kannst nicht deinen eigenen Bruder umbringen, so, egal was der macht oder nicht macht, so. Generell glaube ich, dass Menschen sowieso keine anderen Menschen umbringen dürfen, und so. Ja, aber ob nun Tiere oder Menschen, spielt für mich keine Rolle. Also jemand, der Tiere tötet, der tötet auch Menschen. Also für mich ist das halt, ich mache keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gar nicht? Überhaupt nicht. Null. So null? Also für mich zum Beispiel, für mich ist auch, für mich sind Tiere auch extrem viel wert geworden, so, und, und. Ich würde niemals ein Tier töten, so. Also ich sehe so viel Liebe, wenn ich Tiere in die Augen gucke und so, die sind auch viel bewusster als wir, so, weißt du? Das ist auch ein Grund, warum ich manchmal daran zweifle, ob wir überhaupt 100 Prozent von dieser Erde stammen oder ob wir nicht irgendwie gemischt sind mit irgendwelchen Lebewesen außerhalb der Erde, weil wir sind die einzigen Lebewesen hier auf der Erde, die die Erde schlecht behandeln und der Erde eher schlecht tun als gut. Aber ich glaube, wir wurden auch dahin gezüchtet, also wir wurden dahin getrieben. Früher war das auch mal anders, so, weißt du? Deswegen muss man da schauen. Ich frage mich halt, ob ich einen Unterschied mache. Also ich, ich, ich glaube halt schon und ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen menschlich, dass wenn, wenn jemand getötet wird von meiner Spezies, obwohl, also wenn ich jetzt, ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Ameise getreten habe oder irgendwie so oder wenn ich ein totes Tier sehe auf der Straße, dann fange ich auch an zu beten und so. Das ist auf jeden Fall schon am Start so. Das finde ich richtig cool. Respekt finde ich richtig toll. Aber als vor mir jemand erschossen wurde, das war nochmal ein anderes Level irgendwie. Weißt du, vielleicht liegt es daran, dass das meine Spezies ist so, weißt du, irgendwie, dass das da vielleicht irgendwie eine andere Art Verbindung nochmal am Start ist, aber einen Menschen sterben zu sehen vor mir. Das finde ich krass. Weil das finde ich krass. Ich habe es genau andersrum. Also ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie ein Tier stirbt, aber bei vielen Menschen, aber bei vielen Menschen spüre ich gar nichts. Ja, okay, das liegt vielleicht auch an deinem Menschenbild. Vielleicht hast du generell, vielleicht du fühlst Menschen nicht so, ne? Hör ich ein bisschen raus. Das Ding ist halt, die meisten Menschen, die da draußen sind, ich glaube, weil sie eben für mich so, weil sie eben so, so leben, wie sie leben, so respektlos der Natur gegenüber und weißt du, wenn Menschen respektlos sind der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, dann haben die bei mir schon verloren. Aber du musst halt, was ich dir als Herz legen würde, ist halt, ich bin ein sehr empathischer Mensch, so weißt du, ich habe sehr viel Empathie allen gegenüber so. Also ich kann so, ich kann, ich kann keinen Menschen auch hassen oder so, weißt du, ich kann keine, ich kann niemandem was Schlechtes wünschen und so, es geht nicht. Ich bin einfach so, es funktioniert einfach nicht. Ich habe es mal versucht, aber es geht nicht. Fühlt sich nicht stimmig an, das tut mir auch weh dann und schlecht und ich schade mir dadurch selber, habe ich gemerkt mit der Zeit, so weißt du. Und so habe ich halt eine extreme Empathie aufgebaut mittlerweile und sehr, also ich habe Liebe für Menschen, die mich hassen, weißt du. Ich habe Liebe für Menschen, die schlecht über mich reden oder die mir was Böses wünschen und so. Also ich habe dieses, ich habe, weiß ich nicht, Digga, du musst, ich versuche immer dann so empathisch an die Sache ranzugehen und zu verstehen, so jeder hat seinen eigenen Weg, weißt du. Viele von den Menschen, die können gar nicht so viel, also was heißt, die können nichts dafür, aber die wissen selber nicht mal, warum die so sind, wie die sind und die wurden dahin beeinflusst. Die haben vielleicht Erlebnisse gehabt in der Vergangenheit und so. Man kann das den Leuten meistens gar nicht übel nehmen, weißt du was ich meine. Die haben dieses Bewusstsein nicht so, die haben, die, geht so, geht so, das ist mir, das ist mir zu leicht, verstehst du, die Verantwortung einfach zu sagen, ja, die können halt nicht anders. Nee, die können nicht anders, aber die haben ja, die haben vielleicht Erlebnisse gehabt, die du nicht, also wir wissen ja nicht, wie das ist, in deren Schuhe zu laufen, so weißt du, man weiß nie, wie sich ein anderer fühlt oder warum der Dinge macht. Weißt du, natürlich gibt's. Ich will nur eins dazu sagen, nochmal zu dieser Geschichte mit den Leuten. Das Ding ist halt, ich hab keinen Hass, sondern sie sind mir einfach egal. Ja, viele Menschen. Nicht alle. Es gibt Menschen, es gibt Menschen, für die ich pure Liebe empfinde. Ja, für die ich alles tun würde. Und es gibt auch, gerade in meiner Community auch, so viele liebevolle, einfach herzensgute Menschen. Wenn ich die Kommentare lese oder irgendwas manchmal so. Und da empfinde ich wirklich Liebe, da empfinde ich Empathie, da empfinde ich Verbindung, da merke ich so, ey, wir connecten, wir verstehen uns hier, es ist toll. Ja, ich fühle zu dir auch pure Liebe. Gehans, in dem Moment, wo du gesagt hast, was du so gesagt hast, die Dinge, die du gesagt hast, die haben mich berührt. Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen gekriegt, aber es hat mich berührt. Ich bin auch so ein Mensch, ich hab kein Problem mehr zu weinen oder sowas oder auch mal so Gefühle zuzulassen oder so. Mich interessiert das nicht, weil ich bin schon runter von diesem Ego-Ding, ich muss jetzt hier irgendein Mann stehen oder irgendwas, das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert sowieso nicht, was andere denken, ist mir scheißegal. Deswegen, ich hab das gemerkt, du hast in mir etwas berührt, du hast über Spiritualität geredet, du hast über deinen Umgang und deine Beziehung zu Tieren geredet und das hat sofort bei mir eingeschlagen. Das war dann der Moment, bam. So und ab dem Moment warst du in meinem Herz, warst du mit drin, mit vielen anderen Menschen, wo ich das auch habe. Aber es gibt und das ist eben der Punkt und ich glaube, das hab ich so ein bisschen im Satanismus. was ich gelernt, das kam irgendwann. Ich kann meine Empathie abschalten per Knopfdruck und dann bin ich eiskalt wie ein Killer. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ist für viele sehr unheimlich, aber das hat etwas auch mit dem Bewusstsein zu tun, nämlich mit dem Nullpunkt, mit dem Nicht-Anhaften an irgendetwas. Mir ist zum Beispiel scheißegal, wenn ich jetzt alles verliere. Also wenn jetzt alles abbrennt und so, klar bin ich ein bisschen traurig erst, aber dann, ich beobachte das mehr. Ich beobachte, gucke mich an und denke mir, ach guck mal, jetzt ist er traurig. Na gut, geht aber auch vorbei. Auch das geht vorbei. So, das habe ich aber auch. Dann geht es halt irgendwie weiter. Ja, ja, das habe ich auch. Das habe ich, also dass mir die, ich halte mich nicht mehr an Dingen so krass fest, so weißt du, nicht mal in meinem eigenen Leben so. Keine Ahnung, ich bin so in meiner Ruhe drin, ich bin so bei mir, dass alles okay ist so. Alles ist okay, weißt du. Aber ich sage, bei dem einen Punkt, da bin ich halt, das finde ich traurig ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, ob du das vielleicht darüber nochmal nachdenken solltest, weißt du, ob das wirklich was Positives ist, dass du das kannst, so deine Empathie einfach abschalten kannst und wie ein Killer sein kannst und so. Ich bewerte das nicht, ob das Positives oder Schlecht ist. Es ist einfach so. Ja, aber du hast es ja selber gesagt, du hast es ja durch den Satanismus gelernt, oder weißt du, wie ich meine? Aber das muss ja deswegen nicht schlecht sein. Muss es nicht. Also nicht alles im Satanismus ist aber schlecht. Muss nicht, kann aber, weißt du, könnte sein. Man weiß es nicht. Klar. Musst du für dich selber rausfinden, so weißt du. Hat nur in mir, in meinem Herzen so ein bisschen was ausgelöst von, da will ich gerne was zu sagen, Digga, und dann vielleicht nochmal, dass du vielleicht nochmal selber drüber nachdenkst, so weißt du, wie ich meine, weil ich will das gar nicht abschalten, Bro. Weißt du, was ich meine? Ich will, ich will, ich will meinem schlimmsten Feind, wenn dem irgendwas von meinen Augen passiert, ich will dem helfen und ich will auch für den weinen können und ich will auch einfach diese Empathie bei mir drin behalten, so weil ich glaube, dass es göttlich ist, so weißt du, ich glaube, ich glaube, dass das so sein muss für mich persönlich in meinem Leben, so weißt du, ich bin einfach Liebe, so weißt du, das ist ja sogar in meinem Namen steht das drin, ich habe da keine Entscheidung drüber gehabt, das ist einfach Teil von mir und ich habe das Gefühl, ich muss Liebe verbreiten hier auf der Erde, so weißt du, egal in welche Richtung, so ich bin keiner, der hasst, ich bin keiner, der anderen Menschen irgendwie seine Liebe verwehrt oder so, weißt du, egal auch, was die mir angetan haben oder nicht, so weißt du, und ich habe auch Situationen gehabt, wo ich damit gekämpft habe, weil ich dachte so, Digga, du kannst doch so einem Menschen keine Liebe mehr zeigen oder irgendwie empathisch für so, solche Menschen sein, aber ich habe selbst für Menschen, die wirklich viel böse Sachen gemacht haben, so, wenn ich denen in die Augen gucke, dann sehe ich einfach, die brauchen einfach nur Liebe, so, und vielleicht kann ich dafür sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr so sind, weißt du? Wenn jemand auf mich zukommt, der mir wehgetan hat, der eigentlich mein Feind sein sollte, aber meine Hilfe will, dann kriegt er die Hilfe, das interessiert mich nicht, weil wenn er schon, wenn er schon, wenn er schon, sag ich mal, den Mut hat, auf mich zuzugehen und mich nach Hilfe zu bitten, nachdem er mir geschadet hat, dadurch hat er für mich schon wieder Respekt verdient, ja, weil er diesen Schritt auf mich zugemacht hat, das heißt also, es gab auch in der Vergangenheit eine Situation, da sind Menschen zu mir gekommen und sagen, ey Alex, ich weiß, du kennst dich da und damit aus, ich brauche deine Hilfe und ich weiß, ich habe mich in der Vergangenheit sehr scheiße dir gegenüber verhalten und da war für mich alles in Ordnung, ich habe, für mich war es dann, und das meine ich, das kann ich eben auch einfach so umschalten, von eiskalt in, ja, okay, Schwamm drüber, Scheiß drauf, okay, wie kann ich dir helfen, weißt du, was ich meine, weil mich interessiert das nicht das Vergangene, ich lebe jetzt, ich lebe nicht in der Vergangenheit, die Vergangenheit kann ich nicht mehr verändern und die Zukunft kann ich noch nicht greifen, also bin ich nur jetzt, ich bin immer nur jetzt, Facts, das ist ein so, deswegen, ich meditiere genauso wie du jeden Tag und diese Vergegenwärtigung ist so wichtig und ich empfehle wirklich jedem Menschen da draußen, integriert das in eure Routine, Tagesroutine, wie Zähneputzen, die Leute putzen sich jeden Tag die Zähne, gehen aber nicht meditieren, meditieren ist genauso wichtig wie Zähneputzen, ist so, wenn nicht sogar noch, also wenn nicht sogar wichtiger, also für mich, du musst dich halt auch geistig, spirituell reinigen, es bringt ja nichts, wenn du nur duschen gehst und so, alles gut, alles super, aber der Kopf ist so zugeschissen und das kriegst du nur durch Meditation wieder sauber, diese ganze Situation, durch das Beobachten der Gedanken, einfach nur atmen, einfach nur sein, einfach loslassen und dann kommen die Gedanken, okay, und dann kannst du üben, die Gedanken nicht festzuhalten oder, ah, ich muss ja noch in diesem, alles scheißegal, ah, da kommt irgendwas, ja, ja, okay, ist mir egal, scheiß drauf, also wirklich so eine Gelassenheit zu integrieren und das macht er noch im Alltag gelassen, egal was dann passiert, keine Ahnung, irgendwer macht dir irgendwas kaputt, irgendwas geht kaputt, fliegt runter, du denkst dir einfach so, ja, ja, passieren halt, soll so sein, ja, 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 genau, ja, voll, also das hat mir mein Leben, das hab ich auch halt in Zeiten gelernt, erstes Mal gebetet hab ich, wo ich extremen Erfolg hatte, so, ne, wo ich so, wo ich so richtig so, durch die Decke gegangen bin, hab ich das Gefühl gehabt, ich muss demütig sein irgendwie, ich hab das Gefühl gehabt, mein Ego wird hier gerade ein bisschen zu groß und so, ich muss mich irgendwie klein machen, ich muss für irgendwas dankbar sein und ich muss irgendwie Demut haben, damit ich weiterhin ein guter Mensch bleibe und meditiert so richtig und diese Sachen, die helfen dir halt, gerade das mit dem Meditieren und diese spirituelle Sache so, also für mich ist Meditieren und Beten nochmal ein bisschen was anderes, Beten mach ich auch jeden Tag, aber für reine Dankbarkeit so, weißt du, das ist pure Dankbarkeit einfach, ich bitte darum nichts oder so, sondern ich bin einfach nur dankbar, atmen, Herz schlägt, ich bin wieder da, ich bin alive so, weißt du, ich kann mich bewegen, ich hab meine Sinne, Dach über dem Kopf, Dusche, diese ganzen Sachen und beim Meditieren hab ich halt auch genau das gelernt, was du gerade gesagt hast, diese Akzeptanz, weißt du, dieses Akzeptieren und dieses Loslassen so und das hat mir halt so extrem geholfen, gerade in sehr, sehr dunklen Phasen, weißt du, wo du dich identifizierst mit vergangenen Ereignissen, wo du vielleicht irgendwie was verloren hast, jemanden verloren hast, irgendwie Sachen passiert sind, die schlecht sind, in Anführungszeichen so und da dieses Loslassen, hinzubekommen und dich nicht mehr damit so krass zu identifizieren und einfach zu akzeptieren, wie es ist und zu verstehen, dass das eigentlich alles für dich passiert so und dass du nur lernen kannst, kannst du dein Leben so viel leicht erleben, du kannst so viel leichtfüßiger durch die Welt gehen und das wünsche ich mir echt für so, wünsche ich mir eigentlich für jeden Menschen so, weil ich sehe die Last doch auf den Menschen, gerade bei uns in Deutschland so, ich sehe doch, wie viel Last auf deren Schultern ist so, wie wenig die überhaupt noch da sind, die sind eigentlich, in Deutschland habe ich teilweise das Gefühl, ich gehe hier unter Zombies gerade, weißt du, da gibt es keinen Augenkontakt und dieses echte Mensch-Fühlen so, ey wir sind... Das tut mir leid, aber das muss ich leider so sagen, das ist leider auch ein bisschen die Mentalität, die die Deutschen sich über die Jahrzehnte so angeeignet haben, die waren vielleicht nicht immer so und sind auch bei Weitem nicht alle so, aber es sind leider viele so und das ist halt so ein Ding, wo viele dann sagen, ja typisch deutsch so, dieses Ding, ich finde das blöd, diese Stereotypen und zu sagen typisch deutsch und irgendwas, das Ding ist halt, ich halte eh nichts von Nationalität, es tut mir leid, für alle, die jetzt so einen Nationalstolz haben, aber ich habe das nicht. Stark. Ich sehe mich einfach nur als Teil des Kosmos oder des Alls, aber dieses irgendwas, mir einen darauf einzubilden, dass ich ein Mann bin oder dass ich weiß bin oder dass ich deutscher bin oder nicht deutscher oder was auch immer, halb Zigeuner, halb Jule, oder irgendwas, scheißegal. Kryptowide hat tippt 5 Euro, was habe ich davon? Aber Leon und Alex, wie kann es dann sein, dass Masaru Emoto bewiesen hat, dass Wasser unterscheiden kann, was gut und schlecht ist? Ich bin stolz, ein Russe zu sein. Ich verstehe es auch nicht. Sorry, ich habe gerade parallel dazu gerade wieder so ein Sprachding reinbekommen, da habe ich versucht, gerade euch beiden zuzuhören, da hat einer eine mega geile Frage gestellt, aber ich will erst deine Frage beantworten. Was hast du gerade gesagt zum Schluss? Den letzten Satz nochmal vielleicht? Ich fühle das nicht, dass ich das brauche, dieses Midi-Identität aufgrund von, was weiß ich, ich bin ein Mann oder ich bin weiß oder schwarz oder grün oder blau oder ich bin Russe oder Pole oder Jude oder irgendwas. Ich brauche das nicht. Ich weiß nicht warum und ich frage dich, wie ist das bei dir? Also ich fühle mich in erster Linie als Mensch halt, weißt du? Und das ist für mich so übergeordnet, obwohl da oben drüber ja als Bewusstsein, als Seele, so weißt du, wie ich meine und dann als Mensch. 100%ig. Und danach kommen die ganzen anderen Sachen, so weißt du? Ich bin schon froh, dass ich so bin, wie ich bin, weißt du? Ich habe halt auch sehr krasse Identifikationsprobleme gehabt in der Kindheit, weil ich halt halb weiß bin und halb schwarz und in einer weißen Familie in einem weißen Dorf groß geworden bin, wo keine anderen Leute so aussahen wie ich, weißt du? Und dadurch habe ich extreme so Identifikationsprobleme gehabt, etc. Aber dadurch habe ich auch nie irgendwie einen Unterschied gemacht, weißt du? Ich habe nie irgendwie, weil einer anders aussieht oder eine andere Religion hat oder irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine andere Kultur hat, dann irgendwie gedacht, oh, der ist besser, der ist schlechter und so. Man kann ja sagen, ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich bin dankbar und froh, dass ich so bin, wie ich bin, weißt du? Das ist ja nicht verkehrt. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass man sagt, und ich kann auch froh sein, dass ich deutsch bin, so, weißt du? Ich bin auch froh, dass ich halb deutsch bin und halb Afroamerikaner und diese beiden Kulturen in mir vereint habe und so und dadurch vielleicht auch Menschen zusammenbringen kann und die Eigenschaften, die ich dadurch habe, so, ich kann da froh drüber sein. Aber wenn es dann, und auch stolz finde ich so ein bisschen, aber wenn es dann dahin geht, dass man sagt, ja, die einen sind besser und die anderen sind schlechter und dann diese Bewertung reinkommt, so, ja, wir sind besser, weil wir sind das und ihr seid schlechter, weil sie sind, das stimmt halt nicht und das stimmt halt in meiner Welt auch nicht so. Ich habe immer gefühlt, so, alles ist nice, weißt du? So, ich liebe das, verschiedene Kulturen und so. Ich finde es auch geil, dass es so viele Variationen gibt, so, dass ich dahin gehen kann, neue Kultur mir aneignen kann, dann hier in Mexiko gucken, wie die so drauf sind, gucken, wie die leben, von denen irgendwas mitnehmen, so, weißt du? Finde ich geil. In meiner alten Heimatstadt habe ich mir sämtliche Kulturvereine reingezogen. Ich war bei den Mexikanern, ich war bei irgendwelchen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie so Portugiesen oder irgendwas, ich habe mir so viele Sachen reingezogen und dadurch habe ich eben auch bestimmte kulturelle Einflüsse kennengelernt. Das ist halt das Geile an Deutschland, dass du so massiv viele Kulturen einfach hier hast. Ja, ich weiß, viele finden das doof an dieser Stelle. Gerade aktuell. Aber es tut mir halt überhaupt nicht leid für euch. Das Ding ist halt, ich habe das immer sehr genossen und ich habe dadurch, ich habe mit Jesiden habe ich gesoffen, Alter, die haben mich so unter den Tisch getrunken und dann haben wir uns über Melek Taus und all diese Sachen unterhalten. Ich fand das so spannend. Ich habe mit Persern gequatscht und der Zarathustra-Religion und diese Sachen. Ich habe das als Kind schon mitgekriegt. Dann war ich beim Reisfest und dann die Familie hat mich total aufgenommen und da hatte ich einen türkischen Freund. Da hatte ich dann so die islamischen Einflüsse. Es ist letztendlich scheißegal, wo ich war. Ich war immer herzlich willkommen. Es war immer völlig egal, wenn du mit offenem Herzen dahin gehst und einfach nur offen bist und nichts erwartest, sondern einfach nur hingehst, hallo, hier bin ich und fertig, dann wirst du eigentlich, egal, wo du so hinkommst, meistens, in den meisten Fällen wirst du immer freundlich behandelt. Habe ich auch gemerkt. Das ist so meine Erfahrung. Ist so. Das habe ich auch für mich voll gemerkt. Selbst in Kreisen, wo Leute sagen so, oh, das ist gefährlich und die sind böse und so, dies, das, bla, bla, bla. Das können sich vielleicht manche Leute gar nicht vorstellen, aber ich sage wirklich, die meisten Menschen sind im Kern gut. Weißt du? Und die fühlen auch, wenn einer kommt mit einem reinen Herzen, mit einer guten Intention, und die fühlen das, die können so kriminell sein, wie die wollen, die können so viel abgefuckten Scheiß gemacht haben, wie die wollen. Ich habe mit solchen Menschen auch noch nie Probleme gehabt, so im Gegenteil. Die merken das, wenn da ein ehrlicher, herzlicher Mensch kommt und die feiern das so, weißt du, und die behandeln dich dann auch dementsprechend so. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, einfach, das habe ich ja auch gemerkt, für sich, wenn du schon in deinem Kopf hast, ja, die sind böse und die sind so und die sind so und die sind so, dann wirst du auch diese Erfahrung im Außen machen. Das ist auch ein bisschen Resonanz, das Resonanzgesetz, du ziehst es halt einfach an, ja. Und die Welt ist am Ende des Tages eine Reflexion von dir selber, so weißt du, und wenn du in dir diese Sachen trägst, dann werden sie sich im Außen reflektieren. Wenn du in deinem Inneren aber jedem mit Liebe gegenüberstehst und gar nicht vorverurteilst und diese ganzen Sachen so, dann werden die Menschen mit dir auch anders umgehen und dir anders begegnen, so weißt du. Ich will mal kurz auf die Frage eingehen, die hier der eine gerade reingeschickt hat. Er hat zwar gesagt, und zwar hat er gesagt, es gibt Experimente, wo man festgestellt hat, dass gewisse Emotionen auf Wasser einen Effekt haben und dann hat man die Kristalle sich angeguckt und hat gemerkt, dass die Kristalle verschiedene Formen haben. Also bei positiven Emotionen, bei Liebe und diesen ganzen Sachen haben die schöne Kristalle gebildet und bei negativen Emotionen, bei Hass, bei Missgunst, bei Neid und so haben die andere Kristalle gebildet und der Bruder im Chat hat gerade gemeint, das zeigt ja schon, dass es Gut und Böse gibt in Anführungszeichen und dass das auch einen Effekt sogar auf das Wasser haben kann. Ich bin ja sowieso der Meinung, aber was sagst du dazu? Ich würde sagen, ich würde nicht von Böse in dem Sinne reden, sondern einfach von chaotischen Energien. Also für mich ist das, was viele Böse nennen, ist für mich Chaos. Also es gibt auch kreatives Chaos. Ich will nicht sagen, dass Chaos grundsätzlich schlecht ist, es ist Teil des Kosmos, es gehört irgendwo dazu, es ist irgendwo so ein integraler Bestandteil, aber ohne die Ordnung, die göttliche Ordnung, wenn alles im Chaos wäre, dann gäbe es hier nichts, was man, dann gäbe es keinen Erlebnishorizont, nichts, was du irgendwie erfahren kannst, weil alles durcheinander ist und du kannst nichts richtig wahrnehmen, fühlen, weil alles im Chaos ist. Du brauchst ja so eine Ordnung, damit du als Seele überhaupt eine Erfahrung machen kannst, die Sinn macht, weil in einem Chaos macht gar nichts mehr Sinn. Das ist alles nur irgendwie und irgendwo und deswegen meine ich, für mich ist halt das Destruktive, das wirklich Flechte, das was viele Leute als böse bezeichnen, ist für mich Chaos. Und die Ordnung ist immer das Gute. Ja, ja, ja. Und das ist genau, das sage ich, das ist genau das Ding, das kommt so innerlich. Ja. Das merkst du aber auch, also ich merke das, ich habe ja leider auch schon Dinge getan, die man jetzt so als böse bezeichnen würde, sage ich mal so, wo ich auch direkt gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut und die Sachen auch heutzutage nicht mehr tue. Und diese Sachen haben in mir so eine Hektik ausgelöst, weißt du? So ein Chaos einfach, so eine Unruhe, so ein Gefühl innen drin, was dich nicht in Ruhe lässt, weißt du? Exakt. Und das ist das, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Chaos, weißt du? Und da habe ich halt gemerkt, wenn ich gewisse Sachen weglasse und versuche einfach mit Ruhe daran zu gehen, mit dem, was wir in der Meditation auch lernen, mit Gelassenheit, mit Ruhe, mit Akzeptanz und so, dann ist das alles, dann hast du dieses Gefühl nicht mehr in dir, weißt du? Dieses chaotische, nervöse Gefühl, was sich die ganze Zeit so hektisch macht und so komisch treibt, so, weißt du? Ja, ja. So ist es hundertprozentig und das ist genau der Punkt. Ich praktiziere, sie sieht ja auch, sicherlich haben viele so jetzt Fragen auf dem Kopf, warum habe ich so viele Statuen in deinem Hintergrund? Und das ist halt interessant in dem Sinne, ich arbeite ja oder beziehungsweise ich praktiziere eine Art von Hellenismus. Also Hellenismus, für die, die es nicht wissen, ist die altgriechische polytheistische Religion, ja? Also im antiken Griechenland gab es eben die Verehrung von vielen Göttern, aber, und das ist das Entscheidende, es gab eben auch viele philosophische Ansätze und vieles, was wir heute so kennen, auch aus der Wissenschaft und auch viele Sachen, die wir überhaupt so kennen, wie Universitäten oder Büchereien und so weiter, das sind alles Sachen aus der Antike. So, und diese... Wo man sogar sagen könnte, sorry, eine kurze Einwurf so, mein Bruder und auch andere Leute sagen, dass auch die das von woanders haben, nur mal so als Einwurf noch. Also es gab vorher wohl auch schon... Das kann alles sein, das kann, ne, sonst woher, ne, ich will das gar nicht... Ne, aber interessant, erzähl ruhig erst mal weiter. Ja, genau, und ich habe irgendwann gelesen, da gab es dann irgendwie auch über die Orphika, war interessant, oder auch, ähm, da gab es auch die Pythagorea, ja, der Satz des Pythagoras, kennen alle, kennen alle aus der Schule noch, aber Pythagoras, wer war das überhaupt? Das war ein Heide, der hat an die Götter geglaubt, so, und der hat krasse Systeme erschaffen, mit denen heute noch die Wissenschaft arbeitet und sonst irgendwas, also das waren irgendwie schlaue Köpfe auch, und das, das Interessante ist, und da finden sich dann auch Schriften wieder von den Stoikern, und die Stoiker haben die Stora ins Leben gerufen, das war eine Philosophie, wo es darum geht, gelassen und ruhig zu sein, mit Situationen gut umzugehen, ein guter Mensch zu sein, zieh ich mich viel rein. Super geil, ja, und in diesem Atemzug habe ich mich gefragt, was, was sind denn die Götter in der griechischen Antike wirklich, also was haben die Philosophen da drin gesehen? Und sie sahen zum Beispiel in Zeus, den obersten Gott, sahen sie das reine Sein, das Sein, ja, also letztendlich den höchsten transzendentalen Gott, und jetzt fragt man sich aber, wieso haben sie den dann als Figur dargestellt? Das sind von Menschen gemachte Interpretationen dieser höheren Kraft. Das heißt, die Statuen haben Menschen erfunden, Künstler, die sich gedacht haben, wir geben dem jetzt mal ein Bildnis. und die Geschichten, die Mythologie sind Märchen. Wie kann es sein, dass Krebs ein unstrukturiertes Gewebe hat und gesundes Gewebe eine hexagonale Struktur auf molekularer Ebene aufweist, Sondern es sind Metaphern für etwas, das ist eine schwache Erklärung, das ist deine Emotionen und kein Fakt, was du erzählst, wo es darum geht, eine Energie zu verstehen, die kosmisch ist, die wir hier erfahren können. Und jetzt kommen wir zu den Göttern. Zeus repräsentiert die göttliche Ordnung, dass Feuer immer heiß ist, Wasser immer nass, dass die Sterne sich irgendwie bewegen oder die Planeten und die Sonne hier und da ist und der Mond bestimmte Zeiten hat. Das ist eine Ordnung, die zu erkennen ist. Das heißt, ich muss an das Prinzip von Zeus, ich muss an die Gottheit Zeus nicht glauben. Ich kann sie erkennen. Ich kann sie anhand der Ordnung im Kosmos erkennen. Und das ist das Spannende daran. Aphrodite, alle Formen der Liebe repräsentiert die Göttin Aphrodite. Habe ich das schon mal gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne die Liebe. Ich kenne Liebe zwischen Mann und Frau. Ich kenne die Liebe zwischen mir und meinen Geschwistern. Ich kenne die Liebe zwischen mir und meiner Mama. Ich kenne die Liebe zwischen mir und Gott. Ich kenne so viele Arten von Liebe und all diese Arten von Liebe repräsentiert als Energiequalität, als etwas, was wirklich existiert, was ich erfahren kann in Aphrodite. Symbolisiert als Aphrodite. Und genauso Hermes. Hermes, der Götterbote. Er steht für den Austausch, für Kommunikation. Ohne Hermes kein Internet. Ohne Hermes könnten wir jetzt hier nicht sprechen. Ohne Hermes gäbe es auch keinen Tausch von etwas. Keine Pakete. Können also nicht Handel betreiben. Und weißt du, ich will einfach damit sagen, diese einzelnen Götter sind die Aspekte eines einzigen Gottes, der sich quasi in diesen Aspekten bemerkbar macht, die erfahrbar sind, die erlebbar sind. Das heißt, ich muss nicht an die Götter glauben oder an Gott glauben. Nein, ich habe Gott erkannt. Ich kann ihn erkennen im Kosmos. Und das war die Philosophie beziehungsweise vieler Zweige des antiken Hellenismus, der griechischen Religion, die es damals gab. Interesting, es geht nicht um Glaube, es geht um Erkenntnis, Gott zu erkennen, ihn zu erfahren. Und das funktioniert vor allen Dingen nur durch die eigene Erfahrung, nicht durch Bücher oder durch irgendwas, Anleitung. Du musst selber die Götter erfahren. Wenn einer sagt, ja, ich will das auch erfahren, dann frage ich, okay, hast du schon mal geliebt? Hast du schon mal Liebe im Herzen gefühlt? Ja, dann hast du doch Aphrodite schon kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du einen Teil von der Gesamtheit Gottes kennengelernt. Ja, und das ist eben dieses Prinzip, was du nennst. Und so kannst du Gott in all seinen Aspekten erfahren und auch leben. Das ist das Spannende, weil diese Kräfte wirken ja auch durch uns. Die wirken konstant. Wenn ich jemand, wenn ich dich liebe als mein Bruder, dann liebt etwas in mir auch mich, weil ich ja die Liebe in mir fühle. Und das ist das Spannende. Ich kann Gott erkennen. Ich kann ihn wahrnehmen. Ich kann ihn erleben. Jeder von uns. Das habe ich in dieser Form. Ich will nicht damit sagen, dass es jetzt jeder machen sollte oder sonst was. Nein, das ist mein Weg. Ich habe das so für mich gefunden. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist halt dein Weg. Diese Philosophien und diese Götter, die du da im Hintergrund vielleicht für dich gefunden hast, die haben dir den Weg dahin gezeigt. Weißt du? Und dass du das verstehst im Endeffekt. Weißt du? Und ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat seinen eigenen Weg im Endeffekt. Für mich persönlich, du hast ja selber gerade erklärt, das ist ja alles, also wir bräuchten eigentlich diese ganzen Götter, Statuen, Figuren und so. Das bräuchten wir alles nicht, weil das ist sowieso die ganze Zeit vorhanden und das ist sowieso erfahrbar die ganze Zeit. Das heißt, wir bräuchten keine Statuen oder Bücher oder Häuser oder so, um das zu finden. Und nichtsdestotrotz können diese Sachen Menschen helfen, dahin zu finden. Und was mir halt immer ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen, was du auch am Anfang gesagt hast, so, was ich liebe ist, dass wenn ich merke, dass Menschen wirklich echt spirituell sind, so, weißt du? Es gibt viele Leute, die gehören einfach irgendeiner Glaubensrichtung an oder beten irgendwelche Sachen an oder lesen sich irgendwelche Sachen durch, aber die implementieren das nicht in ihrem eigenen Leben, die machen nicht die Augen zu und verbinden sich damit, so, weißt du? Und das ist das, was für mich, glaube ich, am allerwichtigsten ist, so, wenn du vielleicht was gelernt hast und mal in die Kirche gegangen bist oder was auch immer, in die Moschee und irgendwie mit Community und da irgendwie was gelernt hast und so, geh aber auch zu Hause und stärk deine eigene Verbindung mit Gott, so. Das ist so, das ist so eine wichtige Sache, finde ich persönlich, das, warte kurz. Ja, da ist einer, der die ganze Zeit versucht, dir irgendwie zu widersprechen, und da gibt es irgendwie ein, zwei Kandidaten, die sagen, nein, das stimmt nicht und so, bla, bla, bla. Aber ich... Und das, weißt du, was ich ihm sagen möchte, ist, du hast für dich, hast du auch Recht, so wie jeder für sich selbst Recht hat. So. Ganz einfach. So. Alles beantwortet. Und was vielleicht, und das könnte ich auch noch sagen, vielleicht sind wir uns aber darüber einig, dass wir uns nicht einig werden. Ja, ey, es ist vollkommen okay, wenn andere Leute eine andere Sicht der Dinge haben oder eine andere Philosophie haben und so. Akzeptanz ist da auch wieder wichtig, so, weißt du. Was ich nur sagen will, ist, dass jeder von euch hoffentlich irgendwann mal diese Momente hat, wo er seine Auge geschließt und seine eigene Verbindung mit dem göttlichen Teil in sich findet, so. Weil wenn du wirklich Gott suchst, wirst du auf dem Weg dich selbst auch finden. Und wenn du dich wirklich selbst suchst, wirst du auf dem Weg auch Gott finden, so. Das heißt, mach deine Augen zu und geh in dich selbst rein, hab eine Verbindung mit dir selber und versuch, die Verbindung mit dem göttlichen Teil, mit dem höheren Ich, nenn es wie du es möchtest, aufzubauen, weil das ist das für mich, was wirklich zählt, so. Ich finde auch diese Community-Sachen cool, weißt du, wo ich das erste Mal in der Moschee beten war, so, das hat mir auch sehr viel gegeben. Gänsehaut gehabt am ganzen Körper, wenn wir da mit 100 Leuten dieselben Bewegungen machen und du fühlst so eine positive Energie, weil jeder versucht dir gerade demütig zu sein und irgendwie, weißt du was, ich meine, das ist eine geile Sache, so, aber es ist auch extrem wichtig mit sich alleine zu Hause die Augen zuzumachen und diese Verbindung mit dem höheren aufzubauen, so, weißt du. Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, es ist wichtig, einen Teil zu haben, wo man Gemeinschaft hat, wo man seine Spiritualität auch mitteilen kann und teilen kann mit anderen. Das finde ich auch sehr wichtig, um diesen Austausch zu haben, aber eben auch für sich selbst zu sein, seine eigenen Erfahrungen zu machen, vielleicht auch eigene Erlebnisse zu haben, über die man vielleicht auch gar nicht mit irgendjemandem spricht, sondern die man nur für sich hat, die man nur mit Gott teilt. Ja. Und das finde ich auch total wichtig, ja. Voll, 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 voll. Sehr interessant, Bro. Sehr, sehr interessant. Wie lange reden wir jetzt hier schon gerade, Chat? Könnt ihr mir kurz sagen? Nein, keine Ahnung. Ich finde es auch schön, mit dir zu reden, ehrlich. Mein Trinken kippt hier. Sehr harmonisch. Ich würde sogar fast sagen, dass das hier an der Stelle ein guter Punkt ist, in Anführungszeichen. Ich würde jetzt eigentlich der Community noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht die ein oder anderen Fragen zu stellen, so weißt du. Vielleicht haben die gerade noch mal ein paar Fragen auf spontan. Dann knallt man auf jeden Fall jetzt noch ein paar Fragen rein. Dann kann der Alex oder auch an uns beide, können wir hier noch ein, zwei Fragen beantworten auf entspannt. Aber sehr geil, Digga. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Guter Talk, gute Frequenzen, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja, finde ich auch super, auf jeden Fall. Auch? Wir haben ja, das meinte ich ja, ich habe das schon gleich gespürt, da sind so Parallelen. Ich habe dich gefühlt, ich habe dich gesehen, ich habe dich gehört, das was du sagst, ich habe gespürt, dass du es ernst meinst, dass es vom Herzen kommt und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, naja, ich muss mit ihm reden. Ja. Ich muss dich mal fühlen. Ja, voll. Voll und ich finde es auch, weißt du, wir haben vielleicht ein paar andere, ein paar Ansätze, die vielleicht unterschiedlich sind und so, aber ich finde es immer interessant, ich will einfach, guck mal, das Ding ist so, ich verurteile nicht mehr oder ich beurteile nicht mehr so. Ich will andere Menschen verstehen, ich will wissen, warum Menschen so denken, wie sie denken, warum sie das tun, was sie tun und da spielt es keine Rolle, was ich davon halte im Endeffekt, so, weißt du, ich kann nur den Leuten sagen, was meine Philosophie ist und aber ich will mich mit anderen Menschen unterhalten, um andere Menschen, deren Philosophie zu verstehen und dann eventuell daraus was zu lernen, so, weißt du, einer fragt gerade, ob du immer noch Satanist bist. Nein. Kann man bitte noch ein, zwei, warte, was hier, kann das bitte noch ein, zwei, drei Stunden so weitergehen mit dem Gespräch, ist mega, geil. Wärst du eifersüchtig, wenn einer des Olymps deine Frau haben und nehmen würde? Nein, wäre ich nicht. Bist du in der Beziehung? Hast du eine Frau? Ja. Nice. Kinder auch? Nee, keine Kinder. Ah, okay. Das hat einfach nie gepasst. Ich hatte, ich hatte eine Partnerin, wo ich mal gedacht habe, das wird was oder so und dann, aber es war dann doch irgendwie nichts und jetzt inzwischen, wie gesagt, mit 42 und Bro, du bist in deiner Prime, lass dir das nicht, du bist ein Mann. Mit 40 geht's erst los. Ja, ich weiß, aber ich sag dir, wie es ist, ich fühl's einfach nicht. Fühlst du nicht? Echt jetzt? Ich fühl's nicht. Ich fühl's einfach nicht. Ich hab, weißt du, das Ding ist, ich find's, ich find's schön, wenn andere Kinder haben und ich find's auch irgendwie, ich seh das dann und freue mich dann auch für die. Fünf Euro. Wenn du Gutes mit schlechtem Blei setzt, abgesehen von Religionen, dann wird das Zusammenleben dir schwerfallen, weil wir in Deutschland oder auf der Welt gesetzt haben. Das ist halt einfach, klar, das kann nochmal bereichern, das kann nochmal ein anderes Level sein und man kann nochmal seine eigene Kindheit mit dem Kind nochmal erleben. und ich glaube, es hat unglaublich viele schöne Aspekte, das alles nochmal zu erleben mit einem eigenen Kind, aber irgendwie, ich sag jetzt was und das hab ich schon gespürt, als ich 15 war. Ich hab damals mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich selber Kinder haben werde, aber ich kann mir voll gut vorstellen, irgendwann mein Kind zu adoptieren und das würde ich auch noch in Erwägung ziehen. Definitiv. Ja. Das ist crazy. Also das kann ich mir schon tun, das würde ich fühlen, wo ich sage, okay, das in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Ja. Okay, okay. Weil es gibt so viele Kinder, die haben einfach niemanden und die sind so ungewollt und ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das triggert mich irgendwie hart. Ja, heißt ja nicht, dass du das so dann machen musst. Weißt du, wie ich meine? Du kannst ja das dann besser machen, das was du bei... Ja, ja, deswegen sage ich mal, das Ding ist halt, ich hab seit vielen Jahren im Kopf, das Kling ist komisch, aber ich hab so einen richtig krassen Draht nach Haiti. Ja, und die haitianische Kultur, dieses kreolische alles. Es gibt auch den haitianischen Voodoo und so weiter, da hab ich mich auch extrem viel mit beschäftigt, weil ich da Erinnerungen hatte. Ich hab plötzlich auch Erinnerungen gehabt an diese ganze Kultur. Ja, und ich weiß heute durch Rückführungen, ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst, aber es gibt die Möglichkeit, über Hypnose eine Rückführung zu machen, um zu schauen, was du für vergangene Leben hattest. Ja, und ich hab, ich weiß, ist ja egal, ist ein Angebot. Nee, 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 man muss ja nicht an glauben, aber versteht mich meine. Jeder kann sich ja selber überlegen, ob er das doof findet oder ob er daran glaubt oder nicht. Ich glaube dran und ich hab mich selber erlebt, wie ich selber in Louisiana gelebt habe. Das war, ich glaube, im 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas und dort war ich ein Sklavenmädchen und ich hab selber Voodoo praktiziert und das steckt so tief in mir drin. Ich hab auch eine Doku gemacht auf meinem Kanal über haitianisches Voodoo und über die Kultur und so weiter, richtig aufwendig mit ganz viel Liebe und so weiter, ganz viele Details. Ich fühl das so einfach, ich fühl das so krass und wenn ich diese ganze haitianische Kultur sehe, ist wie so eine Erinnerung. Ich denk mir so, ja, ich weiß genau, was ihr da macht. Ich fühl das alles. Es ist für mich überhaupt nicht fremd oder so und deswegen hab ich immer mal überlegt, also wenn ich vielleicht ein Kind adoptiere, dann aus Haiti. Weil die stecken so richtig in der Scheiße. So richtig in der Scheiße. Ja? Ich weiß, es gibt bestimmt auch viele deutsche Kinder, die gerne ein schönes Zuhause hätten, aber das ist so meine Connecte, weißt du? Und das würde ich wahrscheinlich, vielleicht mach ich das irgendwann noch. Ja, würde ich für mich auch nicht ausschließen, irgendwann zu adoptieren, auch zusätzlich, so weißt du? Aber für mich ist auch sehr, sehr wichtig, meine Gene weiterzutragen irgendwie, so weißt du? Das ist halt extrem verankert. Ich bin sogar so einer, also ich, so viele Kinder wie möglich, so. Auch über die Grenzen hinaus, was Leute für Grenzen haben teilweise, so weißt du? Aber bei mir ist es auch so, das fühle ich auch schon, seitdem ich sehr, sehr jung bin, so weißt du, dass ich ganz viele Kinder haben möchte, so. Und ich würde... Hast du aktuell eine Partnerin? Nee. 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 Nee, 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 nee. Nicht wirklich. Also, man hat jemanden kennengelernt. Kommt, dann kommt. Ja, 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 ja. Aber da ist nichts Ernstes so. Ich hab auch bei mir, ich bin da sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich hab nur eine Beziehung bis jetzt in meinem Leben gehabt, so. Weißt du, ich bin so und ich hab auch eigentlich immer gesagt, ich will nur eine Beziehung haben und das wird dann direkt heiraten, Kinder kriegen, dies, das, blablabla. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hab, aber ich bin sehr wählerisch, ich bin sehr... Also, ich würde nicht einfach so eine Beziehung eingeben mit einer Frau, so. Das muss sich so anfühlen, als ob es das Richtige ist, so. Und ich bin halt ein sehr bewusster Mensch. Du hattest schon auch viel Erfahrung, sexuelle Erfahrung, oder sagst du, du hast eigentlich nie und warst immer so auf Abstand und hast vielleicht eine wie, ich weiß, jetzt sehr privat, aber... Nee, nee, hab schon... Nee, nee, hab schon... Sorry, Alex ist auch nur meine persönliche Meinung und Empfindung. Auch schon zu vielen, so, weißt du, wie ich meine, teilweise, so, wo ich sage, das geht schon in Richtung rein, wo ich sage, so, dass ich mich teilweise von meinem Trieb leiten lassen habe, so, weißt du, und ich meinen eigenen Trieb nicht mehr unter Kontrolle hatte, sondern mein Trieb mich ein bisschen kontrolliert hat auf eine gewisse Art und Weise, dass ich da auch jetzt gerade dabei bin, quasi das runterzuschrauben. Auch ein Grund, haben wir ja gestern darüber geredet, warum ich dann auch aufgehört habe, Pornos mir reinzuziehen und mir die ganze Zeit diese Bilder mir reinzudrücken in meinen Kopf, so, weil das natürlich auch einen Effekt hat auf, wie du da unten unterwegs bist im niedrigen Chakra, so, weißt du, und dann auch Lust hast und diese ganzen Sachen, so, weißt du. Und ich merke, wenn ich es schaffe, mehr nach oben zu kommen, mehr hier oben stattzufinden und versuchen auch darüber hinaus zu kommen, dann läuft alles viel besser und dann, ja, dann fühle ich mich auch einfach mehr so, als ob ich meiner Aufgabe folge, so im Endeffekt, weißt du. Aber ich will auf jeden Fall, dann füllst du dein Schicksal, ja. Ja, genau. Ich will auf jeden Fall viele Kinder haben, so. Und ich bin auch keiner, der jetzt so diesem, unbedingt diesem Standardkonzept folgen muss, eine Frau, zwei Kinder, Haus bauen und dann irgendwie so, weißt du. Ich will, mein Traum ist es, eine riesen Community irgendwie aufzubauen aus like-minded people, so Menschen, die eine ähnliche Philosophie haben wie ich, die einfach gute Menschen mit einem großen Herzen sind und dass wir uns so ein bisschen abkapseln von dem, was so die heutige Zivilisation fabriziert und ein bisschen wieder zurück zu den Roots kommen und unser eigenes Ding machen, so. Mein Traum wäre irgendwo im Dschungel oder auf einer Insel irgendwie mein eigenes Ding aufzubauen, so weißt du. und mich ein bisschen abzutaten von dem, was hier gerade alles abgeht, so. Auch mit der Entwicklung, die stattfindet, so, für die Zukunft, weißt du. Da ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Und deswegen fühle ich auch, dass ich 20 Kinder haben möchte, die dann die Welt in Zukunft in eine positive Richtung treiben. Ja, krass. Ist einfach so ein Traum, Digga, weißt du, wie ich meine? Calm, was soll ich dir sagen? Kann ich nichts dafür. Kommt in mich rein und das auch aus einem Grund, glaube ich, weißt du. Geil, Alter. Das ist völlig in Ordnung. Ja, voll. Alex, ich würde sagen, war ein geiler Talk. Hat mir sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Bleib auf jeden Fall in deiner Liebe, so, weißt du. Bleib in deinem Herzen. Versuch den geraden Weg zu gehen und ich wünsche dir und deiner Familie beziehungsweise deiner Frau auch nur das Beste, so. Ja, Mann. Das kann ich nur zurückgeben. Bleib einfach so auf deinem Pfad, das merke ich auch. Du bist halt auch mit deiner Spiritualität noch so ein bisschen auf der Suche. wie ich das auch merke, ja. Du schaust und tastest dich ab und so weiter und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du für dich so das findest, was dich so voll erfüllt, ja, wo du sagst, okay, das ist es jetzt. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das gefunden hast, kommt auch die Frau, die du brauchst, ja. Die weibliche Seite, die dich dann unterstützt, die Power von Yin, ja, Yin und Yang gibt's, ja, und Yin ist die weibliche Seite. Wir brauchen das, um uns zu kompletieren. Auch als Mann brauchen wir einfach, sei denn, wir haben, es ist ja jetzt egal, wer jetzt auf welche Präferenzen hat und so, es ist ja, ne, Männer und Männer, Frauen und Frauen gibt's ja auch, aber ich sag mal so, in der Regel ist es ja so, dass es Yin und Yang gibt, dass es männlich und weiblich gibt und das ist ja so die Norm, das ist ja das, was die Natur hervorbringt, weil sonst würden wir alle aussterben, so. Und, ähm, wir gehen in eine Richtung rein, wo das nicht mehr eindeutig ist alles, aber ja, nehme ich dir zu. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist so der Punkt, ich wünsche dir wirklich, dass dein Yin kommt, dein kosmischer Ausgleich, der dich wirklich, mit dem du dann quasi eine Einheit bilden kannst, um dann wirklich, ähm, und das zum Abschluss, es gibt eine jüdische Weisheit, die besagt, dass wenn Mann und Frau sich vereinen, dass Gott zwischen ihnen wohnt. Das ist richtig krass, das ist richtig krass. Fühle ich. Ja. Fühle ich auf jeden Fall. Crazy. Aber ich finde es trotzdem, äh, schön, die Vorstellung, weil in dieser, wenn du wirklich eine, eine Frau liebst, oder einen Mann liebst. Das ist doch der Ursprung, also ich meine, was kreiert ihr denn im Optimalfall? Ein Kind. Das ist kreieren, Bro, das ist, das ist eine der göttlichsten Sachen, die du auch machen kannst, meiner Meinung nach. Ich wollte gerade sagen, wenn Gott nicht dann zwischen euch wohnt, was dann? So, ne? Ja, eben. Wenn du es richtig machst halt, ne? Ja, und vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen Talk. Ey, warum nicht? Wenn du Bock hast. Auf jeden Fall. Weil wir, das Ding ist, wir können auch mal über, richtig Deep Talk, über diese ganzen Logen Shit und diese ganzen Ja, Geschichten reden. Voll, voll, voll. Ich hab da Sachen, Alter, ich kann dir Sachen erzählen, das ist, crazy, ne? Ja, wie gesagt, ich hab auch schon, ich hab auch viele Sachen auf meiner Community noch gar nicht erzählt, wir können auf jeden Fall noch so ein paar Sachen raushauen, die, und auch wenn du Fragen hast, schreib mich an, wenn du Fragen hast, irgendwelche Sachen, die du nicht verstehst, so diese ganzen Logen Sachen, Satanismus Sachen, ja, ja. Ja, ja. Dann frag mich einfach. Ich berate übrigens auch viele andere YouTuber inzwischen, mich schreiben öfter mal sehr bekannte YouTuber an, die über diese Themen Videos machen und fragen dann danach, ja, kannst du mir das erklären, hast du irgendwas dazu, dann schicke ich denen Infos, oh, danke, das kann ich jetzt in mein Video einbauen. Wieso? Ja, das hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass ich da, ja, ein bisschen Inside habe. Ja, geil, Digga, auf jeden Fall, Alter, da können wir definitiv noch mal ein bisschen mehr reinsteigen, so. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug, äh, äh, genug, äh, Themen, die wir noch besprechen können, auch in der Zukunft, so, weißt du? War geil, Alter. War aber auch geil, was wir jetzt geredet haben, so ein bisschen über uns persönlich, so, weißt du? Philosophie in Ansicht, Gott, Glauben, dies, das. Wichtig auch, weißt du? Geil. Korrekt, Bro. Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ne? Halt die Ohren steif. Wünsche ich auch. Danke für deine Zeit. Tito. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Au rei, Bro. Ciao, ciao. Geil, Alter. Spannende Geschichte, Fellas. and Girls. Oder? Ey, war krasser Talk, ne? War echt crazy teilweise, aber sehr interessant. Ja, voll, Alter. Ich fand's teilweise schade, dass die Leute so ein bisschen so negative Vibes gestiftet haben, Digga. Krypto, warst du das, Digga, mit den TTSs drüben bei Twitch, oder was? Doch, ich vertrage Kritik. Du hast doch nicht mal Kritik geäußert, Homie. Bleib doch entspannt, meine lieben Freunde. Was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass die Leute ein bisschen Akzeptanz an den Tag legen, so, weißt du? Selbst wenn wir hier einen Talk machen würden mit einem, der aktuell noch Satanist ist, stellt euch das mal vor, so, findet, aber das wäre doch trotzdem interessant, wenn wir diesen Leuten, weil der ist ja kein Satanist mehr, er glaubt ja jetzt offensichtlich auch an was Göttliches, so, und das ist doch erstmal eine gute Sache, aber selbst wenn wir mit jemandem hier reden würden, der jetzt, sagen wir mal, hundertprozentiger Satanist ist, so, und irgendwie, äh, an den Teufel betet und daran glaubt und diese ganze Scheiße, so, weißt du? dann, dann wäre es doch gut, wenn wir ihm mit Liebe versuchen, von der, von der anderen Seite zu erzählen und dann eventuell einen Effekt oder einen Einfluss darauf haben können, so. Ist doch, ist doch geil, Digga, weißt du, was ich meine? Ist doch gut, das bringt nichts, wenn wir dann diese Typen oder diese Menschen dann irgendwie beleidigen oder nicht akzeptieren oder so eine Sache, so kommen wir noch weniger an die Leute ran, im Endeffekt. Das ist so mein, wie ich denke und fühle, dass man, Menschen brauchen Liebe, Digi, weißt du? Und man sollte das denen nicht verwehren, sondern man sollte offen sein und versuchen, den Leuten das so näher zu bringen. Und auch wenn jemand ist, der vielleicht mal in der Vergangenheit Satanist war oder irgendwie eine andere Philosophie hat als ihr, wie jetzt zum Beispiel der Alex oder so, dann sollten wir trotzdem akzeptieren, so. Warum, warum dann Hass oder, oder negative Energie diesen Menschen gegenüber so an den Tag legen, so. Wem bringt das dann irgendwas? Hat irgendeiner davon, hat irgendeiner davon dann gewonnen oder so? Hat irgendeiner irgendwas Positives davon? Im Endeffekt nicht, oder? Sei ehrlich, wer hat davon gewonnen? Niemand. Und so. Immer schön locker bleiben. Lasst euch nicht triggern von anderen Menschen. Vor allen Dingen nicht von den, von den Glaubenssätzen oder von den, von den Ansätzen von anderen Menschen. So, weißt du? Ich akzeptiere ihn. Ist doch geil, Digga. Ist doch geil. Ich meine, ey, die Sachen Krypto, die du reingeschickt hast, waren jetzt auch nicht verkehrt, ne? Da waren schon gute Fragen dabei, habe ich ja auch teilweise aufgegriffen. Stört halt, während dem Talk, aber ist auch okay so. Nur hast du dann einmal gesagt, ich wünsche mir niemanden, dass er so einen Freund hat wie Alex und so. Du kennst ihn nicht persönlich auch, weißt du? Da muss ich schon sagen, ähm, da muss ich schon sagen so, warum, warum, warum wünschst du jemanden irgendwie sowas so? Warum, warum, weißt du? Du weißt doch gar nicht, wie der persönlich ist. Du weißt nicht, wie er mit seinen Freunden umgeht. Du weißt nicht, ob er denen vielleicht gut tut oder so, weißt du? Deswegen, immer schön Kirche im Dorf lassen, nicht disrespektvoll werden. Das ist für mich ganz wichtig, weißt du? Was soll ich sagen? Bro, natürlich, ich akzeptiere ihn, was soll ich sagen? Bruder, alles gut, Krypto, mach dir keinen Kopf, ich wollte dir das nur mitgeben hier an der Stelle. Schon ein bisschen gemerkt, dass du so eine Antipathie aufgebaut hast und das unbedingt den Leuten mitteilen wolltest, für was? Bringt doch niemandem irgendwas, weißt du? Immer schön locker bleiben, Bro. Schön in deiner Mitte bleiben, weiterhin lieben. Wenn du nicht fühlst die Philosophie, dann fühlst du nicht, lass ihn sein Ding machen, mach du dein Ding. Hallo. force